Die Kosmologie beschäftigt sich mit dem Ursprung, der Entwicklung und der grundlegenden Struktur des Kosmos, des Universums als Ganzem. Sie ist ein Teilgebiet der Astronomie, das in enger Beziehung zur Astrophysik steht. Die Kosmologie beschreibt das Universum mittels physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Dabei ist besonders die heute beobachtete, im Nahbereich klumpige Verteilung der Galaxien und Galaxienhaufen mit großen dazwischenliegenden Leerräumen im Gegensatz zur räumlichen, Homogenität auf größeren Skalen zu verstehen. Weiterhin muss die Kosmologie die insgesamt geringe Raumkrümmung, die zeitlich unterschiedlichen Strukturen, die kosmische Hintergrundstrahlung, die als Expansion des Universums gedeutete Rotverschiebung des Lichts, die numerischen Werte der Naturkonstanten und die Häufigkeit der chemischen Elemente im Universum zusammenfassend beschreiben. Standardmodell Hauptartikel Das Standard- oder Urknallmodell sieht den Beginn des Universums in einem nahezu punktförmigen Zustand, von dem aus es sich in einer Urknall genannten Expansion zum heute beobachtbaren Kosmos entwickelte. Es beruht wesentlich auf der allgemeinen Relativitätstheorie und wird durch Beobachtungen gestützt. Die über verschiedene Längenskalen gemittelte Dichte zeigt unterschiedlich starke Schwankungen. Auf der Längenskala von 10.000 Megaparsig betragen die Schwankungen weniger als 1%, während auf Skalen von 100 MPC bis 1 MPC die Strukturen immer klumpiger werden. Zu den größten Strukturen gehören dies Lund-Gretwall mit einer Länge von gut 400 Megaparsig und die bisher nur durch ein gutes Dutzend GRBS markierte Hercules-Grona-Borealis-Gretwall mit einer Ausdehnung von 2.000 bis 3.000 MPC. Die heute zu beobachtenden Schwankungen sollen sich aus Quantenfluktuationen während der Inflation, also kurz nach dem Beginn der Zeit, entwickelt haben, wobei die Entwicklung auf großen Skalen langsamer fortschreitet als auf kleineren Skalen. In der primordialen Nukleosynthese kurz nach dem Urknall war das Universum so heiß, dass Materie in Quacks und Gluon aufgelöst war. Durch die Expansion und Abkühlung des Universums entstanden Protonen und Neutronen. Nach einer Sekunde verschmolzen aus Protonen und Neutronen die Kerne leichter Elemente. Dieser Prozess endete nach etwa drei Minuten. Es wurden also die relativen Häufigkeiten dieser leichten Elemente schon vor der Bildung der ersten Sterne weitgehend festgelegt. 1946 von George Gamow postuliert, wurde der Englisch-Gasmic-Microwave-Background 1964 durch Arno Penzias und Robert Woodrow Wilson entdeckt mit einer mittleren Temperatur von 2,725 Kelvin. Die Hintergrundstrahlung stammt aus dem Zeitraum 300.000 Jahre nach dem Urknall, als das Universum etwa ein Tausendstel seiner heutigen Größe hatte. Das ist der Zeitpunkt, zu dem das Weltall transparent wurde. Vorher bestand es aus undurchsichtigem ionisiertem Gas. Messungen beispielsweise durch Kobe, Bumara, WMAP, Planck Weltraumteleskop, Edwin Hubble, konnte 1929 die Expansion des Weltalls nachweisen. Da Galaxien mit wachsender Entfernung eine zunehmende Rotverschiebung in den Spektrallinien zeigen. Proportionalitätsfaktor ist die Hubble-Konstante h, deren Wert bei 74,3 km pro Sekunde im PC-1 angenommen wird. h ist keine Konstante, sondern verändert sich mit der Zeit inverse proportional zum Alter des Universums. Wir stehen nicht im Mittelpunkt der Expansion. Der Raum selbst dehnt sich überall gleichmäßig aus. Durch zurückrechnende Expansion wird das Alter des Universums bestimmt. Erste die Hubble-Konstante korrekt, so liegt es bei etwa 13,7 Milliarden Jahren. Aufgrund der bisher von der Sonde WMAP gewonnenen Daten und Supernova-Beobachtungen wird inzwischen ein offenes, beschleunigt expandierendes Universum mit einem Alter von 13,7 Milliarden Jahren angenommen. Entwicklung des Universums Nach dem Standardmodell der Kosmologie ergibt sich grob folgender Ablauf. Planck-Ära bis 10-3 und 40 Sekunden alle vier Kräfte noch vereint. Inflationäre Phase Auch gute Ära endet nach 10-3 und 30 S bis 10-30 Sekunden. Extreme Expansion um einen Faktor zwischen 1030 und 1050. Quark-Ära bis 10-7 Sekunden Es bilden sich Quarks, Leptonen und Photonen. Das Ungleichgewicht von Materie und Antimaterie entsteht in der Baryogenese. Hadronen-Ära bis 10-4 sind es Protonen, Neutronen und deren Antiteilchen entstehen. Außerdem Myonen-Elektronen, Positronen, Neutrinos und Photon. Lepton-Ära bis 10 Sekunden Myonen zerfallen Elektronen und Positronen an Nihilien. Primordiale Nukleosynthese bis 3 Minuten Wasserstoff Helium-Lizium entstehen. Strahlungs-Ära etwa 300.000 Jahre Materie-Ära bis heute Universum wird durchsichtig Galaxien entstehen. Wichtige Instrumente zur Erforschung des Universums werden heute von Satelliten und Raumsonden getragen. Das Hubble-Weltraumteleskop, ROSAT, Hipparchos und WMAP. Zur Erklärung der beobachteten Expansion und der flachen Geometrie des Universums im Großen wird das Urknall-Modell heute ergänzt nach Ideen von Alan. Gut, dass es durch eine Symmetriebrechung in der Frühzeit des Universums zu einer sehr starken kurzzeitigen Expansion kam, welche die Gleichförmigkeit des Universums am Rand des beobachtbaren Bereiches erklärt. Die größte Herausforderung an die kosmologische Theorie stellt das Missverhältnis zwischen beobachtbarer Materie und deren Verteilung sowie der beobachteten mittleren Ausbreitungsgeschwindigkeit des Universums dar. Die übliche Erklärung macht für die nicht mittels elektromagnetischer Strahlung beobachtbaren Anteile der benötigten Materie dichte dunkle Materie und dunkle Energie verantwortlich. Teilweise wird vermutet, dass es sich bei der dunklen Materie um die supersymmetrischen Partner der bereits bekannten Elementarteilchen handelt. Solche Teilchen werden, unabhängig von der Kosmologie von manchen Elementarteilchenphysikern postuliert. Sofern es sie gibt, könnten sie aufgrund ihrer erwarteten Energieniveaus mit den verfügbaren Teilchenbeschleunigern eventuell innerhalb der nächsten Jahre, bis zum Jahr 2030 experimentell nachgewiesen werden. Alternativ dazu wurde eine Veränderung der Einstein-Schenn-Gravitationsgleichungen zur Erklärung vorgeschlagen. Steady-State-Theorie Die Steady-State-Theorie wurde 1949 durch Friteil, Thomas Gold und anderen als Alternative zur Urknalltheorie entwickelt. Während der 1950er und bis in die 1960er Jahre hinein wurde diese Theorie von den meisten Kosmologen als mögliche Alternative akzeptiert. Die Steady-State-Theorie wurde aufgrund von Berechnungen postuliert, die zeigten, dass ein rein statisches Universum mit den Annahmen der allgemeinen Relativitätstheorie nicht verträglich wäre. Zudem zeigten Beobachtungen von Edwin Hubble, dass das Universum expandiert. Die Theorie postuliert nun, dass das Universum sein Aussehen nicht ändert, obwohl es größer wird. Dazu muss ständig Materie neu gebildet werden, um die durchschnittliche Dichte gleich zu halten. Da die Menge der neu zu bildenden Materie sehr klein ist, kann die Neubildung von Materie nicht direkt beobachtet werden. Obwohl diese Theorie den Energieerhaltungssatz verletzt, hatte sie unter anderem die Attractive-Eigenschaft, dass das Universum keinen Anfang hat und Fragen nach dem Vorher oder nach dem Grund des Beginns der Expansion überflüssig sind. Die Schwierigkeiten dieser Theorie begannen in den späten 1960er Jahren. Beobachtungen zeigten, dass sich das Universum zeitlich tatsächlich verändert, die Stationaritätsbedingung also explizit verletzt ist. Quassare und Radiogalaxien wurden nur in weit entfernten Galaxien gefunden. Haltenab interpretierte die vorliegenden Daten seit den 1960er Jahren anders und gab an, dass es Quassare im naheliegenden Virgohaufen gebe. Der Niedergang der Steady-State-Theorie wurde beschleunigt durch die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung, welche von der Urknalltheorie vorausgesagt worden war. Seitdem gilt nicht die Steady-State-Theorie, sondern die Urknalltheorie bei der Mehrheit der Astronomen als erfolgreiches Standardmodell der Kosmologie. In den meisten Publikationen über Astrophysik wird sie implizit vorausgesetzt. Geschichte der Kosmologie Siehe auch, Anfänge und pitholemisches Weltbildaufzeichnungen von mythischen Kosmologien sind aus China, aus Babylon und Griechenland bekannt. Kosmologische Vorstellungen hatten in der chinesischen Kultur besonders im Taoismus und Neokonfuzianismus einen hohen Stellenwert. Die babylonischen Mythen, welche vermutlich auf ältere sumerische Mythen zurückgehen und ihrerseits wieder Vorlage für die biblische Genese sein, dürften und Himmelsbeobachtungen haben wahrscheinlich die späteren griechischen kosmologischen Vorstellungen beeinflusst. Die zur Grundlage der mittelalterlichen abendländischen Kosmologie wurden, kosmologische Aufzeichnungen erfolgten nicht nur seitens der babylonischen, sondern seitens der ägyptischen Priesterschaft. In den Pyramidentexten wird die Götterwelt mit kosmischen Wesenheiten in Verbindung gebracht, die hauptsächlich auf die Sonne bezogen sind, aber auch auf den Mond und zahlreiche Gestirne. Es wird damit ein astronomischer Hintergrund deutlich. Dieser geht aus dem Relief des Codex Hammurrapi hervor, der den kosmopolitisch denkenden König vor dem Thronenden Sonnengott zeigt. Frühere Kosmologien unterlagen dem Prinzip Aufzeichnung astronomischer Daten und anschließendes Deuten der Daten. Aus den Deutungen und Prophezeiungen entwickelten sich die Mythologien. Zusätzlich stellten die astronomischen Aufzeichnungen nützliche Angaben für die historischen Kalender dar. Beur drei Kalender, mit deren Hilfe die Abläufe in der Landwirtschaft geordnet wurden. Bei den griechischen Gelehrten Thales von Millais, vor allem bei Anaximander, begann der Prozess der Rationalisierung. Anaximander entwarf erstmals ein Weltbild, welches auf gesetzmäßigen kausalen Zusammenhängen basierte und den Himmelsobjekten eine physikalische Natur zuordnete. Nach Anaximander sei das unendliche Universum die Quelle einer unendlichen Zahl von Welten, von denen die Erlebtwelt nur eine sei, die sich abgespalten habe und ihre Teile durch Drehbewegung gesammelt habe. In die gleiche Richtung gingen die kosmologischen Entwürfe der Atomisten Demokrit und Enexagoras. Anaximenes arbeitete die Ideen von Anaximander weiter aus und sah dabei die Luft als Urmaterie an. Pythagoras, für den alle Dinge in Wirklichkeit Zahlen oder Zahlenverhältnisse waren, vertrat die Auffassung, dass der Himmel das Unendliche eingeatmet habe, um Gruppen von Zahlen zu bilden. Eine weitere wichtige Entwicklung war das erste historisch überlieferte System, in dem die Erde nicht im Zentrum stand, das von Philolaos, einem Pythagoräer im 5. Jahrhundert v. CHR, entworfen wurde. In der Kosmologie Platens, die er im Thaimai ausschildert, beschrieb er die Himmelsobjekte als von Personalen, mit Verstand ausgerüstete göttliche Wesen. Die Erde war in Platons Vorstellung eine Kugel, die im Zentrum des Kosmos ruhte. Platons Schüler Aristoteles widersprach in seiner Kosmologie teilweise der Auffassung seines Lehrers hinsichtlich der göttlichen Natur von Himmelsobjekten. Die Himmelskörper nennt er göttlich und mit Intellekt begabt. Sie bestehen aus dem 5. Element und werden von der ersten Philosophie erforscht. Die Bewegungen der Himmelskörper und Sphären werden letztlich von einem ersten unbewegten Beweger hervorgerufen. Aristoteles vertrat ein Modell des Universums, welches ein Zentralfeuer annahm, um welches die Himmelskörper in Kreisen liefen. Eudoxos von Knidos entwarf Anfang des 4. Jahrhunderts v. CHR, ein Sphärenmodell, das von Kalipus weiterentwickelt wurde und erstmals die retrograden Schleifenbewegungen der Planeten beschreiben konnte. Davon wurden das Aristoteles und das patholermäische Weltbild beeinflusst. Messungen von Erat Osten ist der im 3. Jahrhundert v. CHR, den Umfang der Erde mit guter Genauigkeit bestimmte, und von Aristilus und Timokaris zeigten Abweichungen der Planetenbewegungen von den nach Eudoxos-Methode berechneten Positionen. Apollonius von Pegge entwickelte im 3. Jahrhundert v. CHR, eine Methode der Berechnung von Planetenbahnen mithilfe von Epizykeln erließ Kreisbewegungen der Planeten zu, deren Mittelpunkt selbst wieder auf einer Kreisbahn lag. Ein heliozentrisches Weltmodell vertrat Aristarchos von Samos. Er wurde deshalb der Gottlosigkeit beschuldigt. Sein Weltmodell konnte sich nicht durchsetzen. Petolemäus beschrieb im 2. Jahrhundert in seinem Almagest eine geozentrische Kosmologie, welche mit den meisten Beobachtungen seiner Zeit in Einklang zu bringen war und bis zur Durchsetzung des kopernikanischen Weltbildes allgemein anerkannt wurde. Siehe auch, die kopernikanische Wende bereits im 15. Jahrhundert wurden durch den deutschen Universalgelehrten und Kardinal Nikolaus von Küss wichtige Gedanken der späteren Kosmologie vorweggenommen und das betolemische Weltbild infrage gestellt, indem er die Vorstellung eines begrenzten Universums verwarf, in dessen Mittelpunkt sich unbeweglich die Erde befindet. Im Gegensatz dazu war das von Kopernikus 1543 in seiner Schrift der Revolutionibus Orbium Coelistium beschriebene Universum endlich und durch eine materielle Fixsternsphäre begrenzt. Diese sei viel größer als zuvor angenommen, erklärte Kopernikus das Fehlen einer Fixsternparallaxe. Wichtig an dem kopernikanischen System war der Verlust der Sonderstellung der Erde und die Einführung eines heliozentrischen Weltalls mit kreisförmigen Bahnen der Planeten um die Sonne. Erst Thomas Sieges vertrat ein modifiziertes kopernikanisches Weltbild ohne materielle Fixsternsphäre mit unendlichem euklidischen Raum. Von Giordano Bruno wurde ein unendliches Universum mit unendlich vielen Sonnen und Planeten postuliert, in dem die beobachteten Fixsterne ferne Sonnen sind. Aufgrund dessen und anderer Aussagen, die den katholischen Glaubensgrundsätzen widersprachen, wurde er als Kerzer verurteilt und auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Weitere wichtige Gründe für die Abkehr vom petholermäischen Weltbild waren die von Tycho Brahe beobachtete Supernova von 1572 und sein Nachweis, Dass ein 1577 beobachteter Komet sich außerhalb der Mondbahn befand, womit der Himmel nicht, wie von Aristoteles beschrieben, unveränderlich war. Tycho Brahe steigerte die Präzision der Planetenbeobachtung erheblich. Sein Assistent Johannes Kepler erkannte nach dessen Tod bei der Auswertung der Beobachtungsdaten, dass die Planetenbahnen nicht, wie von Kopernikus entgenommen, kreisförmig, sondern elliptisch sind. Er formuliert die Gesetze für die Planetenbewegung, die heute als die Kepler-Schenk-Gesetze bezeichnet werden. Kepler versuchte die Planetenbewegung durch eine magnetische Kraft zu erklären. Er wandte sich damit einem mechanistischen Bild der Planetenbewegung zu, in dem die Planeten nicht mehr wie bei Ptolemäus beseelt waren. Allerdings glaubte Kepler noch an ein endliches Universum und versuchte dies durch Argumente zu zeigen, die später als Eubersches Paradoxon bekannt wurden. Gestützt wurde das kopernikanische System durch Galileis Entdeckung der Jupitermonde, der Beobachtung der Mondoberfläche und seines Nachweises, dass Fixsterne scheinbar punktförmig sind. Durch Isaac Newton wurden mit seiner Theorie von der Gravitation die Kosmologie und die Mechanik erstmals miteinander verknüpft. Dadurch brachte Newton eine Physik in die Kosmologie, in der gleiche Gesetze für himmlische und irdische Bereiche galten. Erst durch die newtonsche Mechanik wurde das kopernikanische System gegenüber dem ptolemäischen System ausgezeichnet. Da der gemeinsame Schwerpunkt zwar nicht exakt im Mittelpunkt der Sonne liegt, jedoch innerhalb der Sonne. Ein wichtiger Schritt für diese Entwicklung war die vorausgegangene Entwicklung der Mechanik, insbesondere des Trägheitsbegriffes. Thomas Wright hielt die Sonne nicht für den Mittelpunkt des Weltteils, sondern für einen Fixstern unter vielen. Er wies die Annahme einer homogenen Sternverteilung zurück und identifizierte die Milchstraße als aus Einzelsternen bestehende Scheibe, in deren Ebene sich die Sonne befindet. Er betrachtete die von Astronomen beobachteten Nebel als andere Galaxien. Immanuel Kant entwickelte 1755 in der allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels nicht nur eine Kosmologie ähnlich der von Thomas Wright, sondern eine Kosmogonie, in der eine anfangs chaotisch verteilte Materie sich unter Gravitationswirkung zu den beobachteten Himmelskörpern zusammenballt. Ein ähnliches Entwicklungsschema wurde von Laplace entwickelt. Der Astronom Wilhelm Herschel versuchte durch Klassifizierung der Sterne und Galaxien ein chronologisches Entwicklungsschema abzuleiten. Von Götterwelt und Mythos zur Naturwissenschaft Die Übergänge von der Philosophie zur Naturwissenschaft erfolgten je nach unterschiedlicher Haltung zur Metaphysik. Allerdings ist der Kosmos in der Philosophie als Urbild und Vorbild benutzt worden, um die einem Menschen angemessene Handlungsweise darzustellen. Die harmonische Ordnung des Weltteils war für die griechische Philosophie beispielgebend und diente sowohl als Ideal eines kontemplativen Lebens als insbesondere dem Ideal der wissenschaftlichen Einstellung, dem Bios Theoretikos. Es war möglich sich dieser kosmischen Ordnung durch Mimesis anzupassen, wie bei der aus griechischer Antike herrührenden Art des Liberales. Die Kräfte, die in der griechischen kosmologischen Tradition als Götter und übermenschliche Gewalten aufgefasst wurden, hat die Philosophie später als Kräfte der Seele angesehen. Daher rührte die Verbindung und teilweise Gleichsetzung von Astronomie und Astrologie bis ins späte Mittelalter und darüber hinaus bis ins 18. Jahrhundert. Hannah Arendt sieht noch im Uhrengleichnis ein ähnliches Weltbild, das aufgrund unvollkommener Naturkenntnisse zur Subjekt-Objekt-Spaltung neigt. Entsprechende Mystifizierungen erklären den Versuch einer Überwindung dieser Spaltung und bedingen den von Jürgen Habermas kritisierten, objektivistischen Schein. Kosmos als griechisches Wort, das so viel wie Schmuck, Zierde, Ordnung, Einteilung, Einrichtung, Bauart, Weltordnung und Weltall bedeutet, besitzt einerseits ästhetische und andererseits technisch praktische Aspekte. Dieser Begriff vermittelt die für griechische Wertvorstellungen der Beschäftigung mit dem schön passende Rahmenvorstellung, die der alten Ontologie zugrunde lag und eine Art von sakraler Haltung einschloss. Hieran mag der nachfolgende Kansche-Beschluss anknüpfen. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden Bewunderung und Erfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Immanuel Kant, KPVA 288 Kopernikanisches kosmologisches und anthropisches Prinzip Die Annahme eines im Wesentlichen homogenen Kosmos wurde später zu Kopernikus Ehren-Kopernikanisches Prinzip genannt. Die konkrete zusätzliche Forderung der Isotropie führt zum kosmologischen Prinzip. Es gibt eine Vielzahl möglicher Theorien des Universums. Das anthropische Prinzip sagt aus, dass eine Theorie nicht dazu in Widerspruch stehen darf, dass heute intelligentes menschliches Leben existiert. Sie muss die entsprechenden Entwicklungsbedingungen und Lebensbedingungen gewährleisten, sonst ist sie falsch. Informationsverlust Die Standardtheorie ist wesentlich abhängig von Informationen, die aus dem Universum selbst gewonnen wurden. Diese Informationen werden im Laufe der Zeit durch die Expansion des Universums verloren gehen. Es bildet sich ein immer weiter ausgedehnter Ereignishorizont, der jedoch im Vergleich zur Ausdehnung des Universums immer kleiner wird. Objekte jenseits dessen wie andere Galaxien entziehen sich der Beobachtung. Die kosmische Hintergrundstrahlung wird immer langwelliger. Bei einer Wellenlänge von 300 km ist sie nicht mehr in der Lage in die Milchstraße einzudringen, sie wird von deren Staub reflektiert. Durch die Nukleosynthese in den Sternen werden die Spuren der primordialen Nukleosynthese immer mehr verwischt. Der Anteil des Heliums im Universum wird von 24% über 28% bis auf 60% steigen. Milchstraße, Andromedanebel und einige kleinere, nahegelegene Galaxien werden sich zu einem einzigen Supersternhaufen vereinigen. All dies führt dazu, dass es bereits in 100 Milliarden Jahren für einen Beobachter in diesem Supersternhaufen so aussieht, als würde dieser das gesamte Universum darstellen. Es können keine Rückschlüsse mehr auf den Urknall gezogen werden. Astronomen, die eventuell leben, würden somit ein gänzlich anderes Bild von Aufbau und Entwicklung des Universums bekommen als zurzeit Lebende. Dies hat zu der Frage geführt, inwieweit ein solcher Informationsverlust unter Umständen bereits eingetreten ist, und damit zur Frage nach der Zuverlässigkeit kosmologischer Theorien. Immerhin hat es mit der inflationären Phase bereits einen solchen Informationsverlust gegeben. Durch die Inflation wurden weite Bereiche des Universums jenseits des Beobachtbaren verschoben. Untertitelung des Beobachters